Irgendwo im Harz wartet es auf dich Harzdrenalin. Dein Kontrastprogramm. www.harzdrenalin.de Ränder an die blauen Pflaufen und dann bleibst du stehen. So, dann kommst du mal an die Kante mit den Spitzen. Jawoll. Filet! Grundstück kannst du uns auch hinziehen, wenn du Luft brichst. So, darfst du dich hinlegen? Dann schmeiß dich auf den Bauch. Beine anhocken. Und strecken. Vertraue dem Kopf, der hält. Jawoll. Beine anwinkeln. Knie zusammen. Strecken, strecken, strecken. Schick dich richtig rein in den Kopf. Drück mal die Beine richtig durch. Hände bleiben hier dran. Zwei nicht so dolle gegen. Und dann kommst du hier noch ein bisschen hoch und drückst mal die Beine jetzt voll durch. Bis sie gerade sind. Jawoll. Gut. Was hast du auf der Hand? Zehn. Zehn. Gut. Auch für dich. Hände bleiben da, wo sie sind. Aber Ellbogen richtig schön raus. Mach mal richtig raus. So bleibst du bitte den ganzen Flug. Okay. Das sind deine Bremsklappen. Nicht wieder einfahren. Sonst tut's da unten weh. Das ist genau wie es auch. Ciao. Beine schön strecken. Jawoll. Das ist ganz schön. Möller, dann, bang bang. Inni, gut. Beine. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020